So, Jungs und Mädels. Hier sind wir zurück. Wir gucken uns unser Schiffchen an. Ist der, was da da ist? Oh, Level 3. Diese Silfjahe sind handvolle kleine Zutaten, nicht wahr? Nicht nur finden sie immer ihre Bestandteile. Sie können für die Rationen emergency in einem Schiffchen machen. Ich höre die Silfjahe sehr gut mit einem schönen Klappchen. Es ist wegen der Arbeit, die diese Böden machen für uns, dass wir einen Schritt vor der Abbey bleiben können. Diese Böden sind nicht besonderlich für uns, Piraten. Und wir consideren sie eine Teil unserer Crew. Nicht sogar über sie essen. Haha, okay, okay. Snell, ich frage mich, wie sie eigentlich machen ihre Sache. Ich weiß, dass Carrier Pigeons auf ihre Homing instinkt sind, aber Silfjahe können eine Person, wo sie sind, nicht wahr? Sie sind wirklich smart Böden. Ich habe in einem Buch geschrieben, dass in einem Buch, dass in einem Buch, stattdessen zu memorieren, sie können auf die Worte auf die Worte. Wenn Sie eine Silfjahe auswählen, die Böden fühlt sich die Veränderung in Ihre Gedanken, und Sie suchen den Recipienten, Sie haben in mind. Ich habe niemals gesehen, sie in der Wilde gesehen. Sie sind eine Art Moloch oder so? Nein, sie sind nicht Molochim. Sie sind nur eine unglaublich raree Spezies, native zu einer Island in der Norden. Es ist eine lustige Geschichte. Eine Chance-Storm-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung-Sendung. Oh, der Hund von Gegenüber, das riecht mich aus mit dem Hund. Ich habe einen Blick auf seine Wilde Hände und ihn für ihre Mutter gelegt. Sie wissen, was? Sie sind genug mit ihm, um seine Hände zu nutzen, um ihre Hände zu nehmen. Also, Sie haben einen Punkt. Jetzt, Sie haben ihn gesagt, er hat mich gefragt, nicht ihn auf die Hände zu stellen, weil eine der Silfjahe auswählen hat. Also, wenn noch mehr Böden sind, können wir nur einen essen und sehen, wie es schmeckt. Nein! Ich glaube nicht nicht! Hahaha, es war wert. Okay, Mama Clayma. Hallo wieder! Ich bin Yenfu, ein Moloch. Schön, dass Sie alle treffen. Sobald Sie wissen, ich bin ein Moloch größer. Du bist ein Moloch größer Moloch, auch Lofi-Sendung. Ich bin sicher, dass wir weitergehen können. Ich bin... ...klassefiede als ein Moloch größer Moloch? Das sollte keine Überraschung sein. Du hast viel Macht, obwohl deine appearance. Du bist ein Moloch größer Moloch, auch nicht, Eizen? Also habe ich gesagt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich für Maßnahmen gemacht habe, von Leuten, die meine Art von meiner Art. Ich wusste nicht, dass das war. Entschuldigung. Nein. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich versuche mir nicht, dass du dein eigenes Wert von einem Label gegeben hat. Ich versuche nicht. Ich versuche nicht. Ich versuche. Ich versuche nicht, dass das alles für mich ist. Sie sind Piraten und Dämonen. Sie sind keine Ahnung. Für mich, du bist der größte von allen. Der größte? Du wirklich meinst das? Frau Mogilu, du bist so nett. Du hast so viel verändert. Du hast so viel verändert. Aber du hast nicht verändert. Du bist eternally mein größte Servant. Oh, ich will nicht die größte sein. Oh, das ist schlecht, schlecht. Und unser Roster der Oblivion wird länger. Oh ja. Was muss man machen? Ach, wir können... Wir können hier noch mit Leuten quatschen. Ich versuche, dass der Pfarrer verletzt wurde. Und wir werden in der Zukunft zurückkehren. Die Kirche sagen, dass er seine Vila verletzt hat, wenn etwas aus dem Schiff zerbrochen hat und ihn zerbrochen hat. Aber es gibt auch Ruhigungen, dass die Pfarrer in die Pfarrer und ihn zerbrochen hat. Wenn das wahr ist, wer hätte das tun können? Er hat immer dort für die Leute, und jeder sieht ihn aus. Was ein schreckliches Ruhigungen. Ja. Ich will glauben, dass es nur das ist. Ein Ruhigungen. Aber es hat die Kinder alle Angst. Ich bin nicht schrecklich. Ich bin nicht schrecklich. Lieber. Siehst du schrecklich? Ich bin derjenige, der nicht schrecklich ist. Wenn irgendwelche Schmerzen kommen, ich will sie. Oh, schrecklich. Ich bin sicher, dass Schmerzen nicht nach dir kommen. Oh. N bisschen aus der Hälfte. Schön. Sie tun ein wirklich guter Arbeit, dieses jetzt zu fassen. Wenn es laut ist, dass der Pfarrer verletzt wurde, und in dem Kastel, die Menschen verlieren würden die Zaten in das Regierung. Hm, ja, ja. Anhänger, ähm, was ist der nächste? Oder runter? Ach, hier runter. Komm mit welchen, genau. Ach, hier, hier, hier. The one who did that dove act in Logris. Mad lose Menagerie, right? It's Mogylou's Menagerie. Get it right or pay the price. Till, you saw us in Logris? That's right. I was there in Port Zexin business. I really look forward to seeing you perform, but it never happened. But today's my lucky day. How about performing here in Port Zexin tomorrow? I want to see that Sullin girl go, kkkwu again. It was hilarious. And that magician's dove trick too. Ja, aber ich werde dich wissen, dass wir nicht verkaufen sind. Oh, ich habe das Geld. Ich würde alles bezahlen, um das zu sehen. Nein. Oh, komm mal, bitte? Geh mal. Hey, jetzt, nicht so. Entschuldigung, Freund, besser zu geben. Otherwise, meine Freundin hier könnte dir ein spezielles Trick, sie hat es zu trainieren. Eine, wo sie dich ... disappear. Oh, das klingt Spaß, mach es. Wenn du so. Aber nur eine Warnung, es gibt keine Warnung, vielleicht wird es zurückgekommen. Sie wollen noch mal versuchen? Warte, wirklich? Wirklich? Und erinnern, es ist Mogilu's Menagerie. Wir sehen uns in der nächsten Show. Hm, 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 hm. Ah ja, könnt ihr mal sehen. Wir werden immer so böse hingestellt, wir sind doch ganz lieb und nett. Oh, natürlich. So, wo muss man jetzt eigentlich hin? Ah, da geht's noch weiter. Hm, hm. Ah ja, das ist noch mal so. Ah. In Wahrheit, es wäre problematisch, wenn sie nicht. Warum haben Sie ein Problem mit dem? Eine Worte, Frau. Business. Die Zeremonie, um den Great Empyrean in Omenot zu gehen, ist jetzt, richtig? Nach einem Gespräch wie so, wie das. Jeder würde eine Worte geben, um den neuen Empyrean zu geben. Das ist deshalb, dass ich die Schalte der Schalte. Sie haben gerade aus Port Zexen. Oh, die Schalte der Schalte sind viele, in der Zeit. Are Sie die Schalte mit dem Schalte? Ich habe nur die Schalte, um die Schalte zu geben, um die Schalte zu geben. Ich hoffe, dass diese Schalte nicht in Wurzeln gehen. Das ist unmöglich. Das ist die perfekte Möglichkeit. Ich glaube, die Amateurs einfach nicht verstehen. Ich kann nicht wissen, aber ich weiß, wie diese Geschichte endet. Artorias, diese Zeremonie, alles. Ich werde das mit meiner eigenen Hände enden. Das ist die Schalte drauf. Ich habe mich wirklich ausgelenken. Ich habe die Schalte auf die Schalte. Ich war viel glücklich, als ich trinke süß, süß, süß Nektar zu essen. Es hat plötzlich viel schwer gemacht. Die侠ose auf 20.000 Mal im Schalte. Ich bin in der Kapital, um zu finden, dass es leichter wäre. Aber niemand hat einen. Entschuldigung. Es hat Vermilion Ore in es. Was? Vermilion Ore? Ich habe gehört, dass diese Sachen verrückt sind. Das ist wirklich schlechte News. Es wird leichter, wenn es schwer zu finden wird. Die realen Säylern nicht brauchen diese Sache, richtig? Ja, du bist richtig. Ich brauche nicht Nektar. Von jetzt an, ich gehe nach der Bar nach der Arbeit. Hey buddy, danke für den Tit. Wir sind mit den Scouts in Port Zexen. Ja, oh... Sind wir hier? Woher sind wir hier? Was ist der Lucrez? Ach so... Ok, dann noch mal. Brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr. Aber... was ich? Hehehehe. Wir sind hier existenziell. Sie sind die Werkzeuge und die Ration, nicht wahr? Das ist was Frau Theresa mich auch. Eine Werkzeuge. Aber... ich bin vivo. Ah, ich verstehe. Du bist zu fragen, was dein Platz in der Welt ist. In diesem Fall gibt es nur eine Antwort. Du musst es entscheiden. Huh? Es ist alles zu dir. Es handelt auf was du willst. Das ist das, was es bedeutet, zu sein Leben zu sein. Du kontrollierst das Rudder von deinem Leben. Deine Hand auf dem Rad. Meine Leben. Meine Rudder. Die Gefühle sind auch gut. Sie sind nur mehr Proof, dass du Leben bist. Ich werde dich schützen, bis du deine Antwort findest. Deine Art haben mich oft genug geholfen. Alles klar. Ich verstehe nicht. Aber danke. Schönen, schäuern, schönes Wort. Aber entscheid dich, wer du zu hörst, Kind. Demons und Reapers, erinnerst du? Ich höre, dass es eine Wicke-Wicke ist, auch. Geht weg oder sich bleibt zu hinter. Wir risketen die Ratschung des Revenzungsreprote. Für jetzt. Lass uns unsere Rudder hinzuziehen. Hehehe, Vieh. Lauf mal einfach hin. Ja, da sind aber viele hier. Die komischen Wölfe. Ah, mein Gott, die hören sich ja schlimm an. Was ist denn das hier? Männchen oder Weibchen? Jetzt muss man ja da sind, hier noch. Haben wir hier einen Waffenhändler? 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 Nein, ich will mal gucken, aufwerten. Schade. Waffenhändler? Fire Element? Was braucht man? Bärsteinklingen zum aufwerten. Schade. Verlegen. ein bisschen zahn angriff hat man das nämlich nicht auf mutter motzen bronzeklumpen Schade. Wo kommen wir denn so her? Ach, hier kann man noch mehr zerlegen. Okay. Ah! Ah! Hier ist ganz sauber Ballon. Geil. 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 So, jetzt müssen die Speer zurückziehen. Wenn Benwick und die anderen herausfinden, haben wir die ganze Sache. Warte, du hast ihnen gesagt? Natürlich nicht! Die Leute können nicht mehr interessieren, was sie in der Gullet auf der Gullet sind. Die subtelten Nöte dieser Exquizite Libation werden in diesen Louten verloren werden. Gut gesagt. Ich glaube, ein Rucurella-Cheese würde diese Ileana sehr gut machen. Wir müssen die Bottle schlafen, bis wir unsere Hände auf etwas. so wir reden jetzt noch mit mann mit alle hier wir müssen aber so weit hinter das dauert das geht wir sind fertig und bereit zu fahren großartig wir setzen den Momenten die Scouts zurück bleiben hier und bereit zu gehen bei einem Moment nein es gibt nichts zu sagen was passieren im Imperium seid bereit für das Schlimm es gibt etwas Schlimm als bei euch erstmal bereit seid bereit nein wenn etwas falsch geht sende ein Silph-J und wir gehen seid bereit für das Schlimm zuerst so es ist wieder eine redenreiche Folge ich werde jetzt aber trotzdem speichern und die erstmal beenden mit dem Hauptding da reden wir das nächste mal so wir sehen uns beim nächsten Part haut rein und tschüss